Die jüngsten Entwicklungen in Europa haben eine tiefe Krise in der Sicherheitspolitik und Energieabhängigkeit offenbart, die das Vertrauen in die EU und ihre Führung ernsthaft erschüttert. Insbesondere zeigt sich, dass die Europäische Union nicht in der Lage ist, ihre Sicherheitsinteressen vor den Bedrohungen aus Russland und dem Nahen Osten effektiv zu schützen. Der Krieg in der Ukraine und die Instabilität im Nahen Osten stellen Europas Fähigkeit infrage, als globaler Akteur im Bereich der Sicherheit zu agieren. Ursula von der Leyen hat mehrfach betont, dass Europa für die Souveränität der Ukraine kämpfe und sich gegen russische Aggressionen stelle. Doch diese Rhetorik steht in krassem Gegensatz zur Realität. Europas militärische und diplomatische Reaktionen haben gezeigt, dass die EU nicht genug Stärke besitzt, um ihre eigenen Interessen unabhängig zu verteidigen. Die Abhängigkeit von NATO-Strukturen, in denen die USA dominieren, macht Europa zunehmend verwundbar. Diese Schwäche wird besonders im Energiebereich sichtbar. Die EU, vor allem Deutschland, hat sich in den letzten Jahren stark von externen Energiequellen, insbesondere russischem Gas und Öl, abhängig gemacht. Trotz des Versuchs, diese Abhängigkeit durch erneuerbare Energien zu verringern, hat die Energiekrise, die durch den Ukraine-Konflikt verschärft wurde, die europäische Wirtschaft ins Wanken gebracht. Immer mehr kritische Stimmen werfen der EU vor, keine langfristige, nachhaltige Strategie entwickelt zu haben, um sich von autokratischen Regimen wie Russland zu lösen. Stattdessen führt die Umstellung auf grüne Energie zu neuen Abhängigkeiten, beispielsweise von Ländern des Nahen Ostens. Das Gerede von Energiesouveränität erscheint vielen als leere Versprechung, während Europa immer weiter in die Energieabhängigkeit abrutscht. Die kürzlich unterzeichneten Energieabkommen mit Golfstaaten verdeutlichen diese kritische Situation. Von der Laien betont gerne die Bedeutung dieser Partnerschaften, doch Kritiker sehen in ihnen eine neue Form der Unterwerfung unter geopolitische Interessen anderer Mächte. Innerhalb der EU verschärfen sich die Spannungen. Während Macron versucht, Frankreich als zentrale Macht in Europa zu positionieren, stößt er immer wieder auf den Widerstand von Ländern wie Italien, dessen Premierministerin Georgia Meloni eine völlig andere politische Richtung vertritt. Insbesondere in der Frage der Energiepolitik zeigt sich die tiefe Kluft zwischen den Mitgliedstaaten. Macron, der auf grüne Technologien setzt, hat Meloni für ihre pragmatischeren Ansätze kritisiert, die auf fossile Brennstoffe und Atomkraft setzen, um Italiens Energieversorgung zu sichern. Diese Uneinigkeit untergräbt jede Hoffnung auf eine kohärente europäische Strategie und zeigt, dass die EU in Fragen der Energiesicherheit und des Klimawandels keine gemeinsame Linie finden kann. Zu all dem kommt noch die zunehmende Kritik an den sogenannten grünen Projekten, die von der EU als Fortschritt dargestellt werden. Es wird immer deutlicher, dass viele dieser Projekte in Wirklichkeit eher dazu dienen, die Kontrolle über wirtschaftlich schwächere Regionen zu festigen, anstatt ihnen zu helfen. Unter dem Deckmantel des Umweltschutzes fördern reiche Länder der EU Investitionen in erneuerbare Energien, während ärmere Länder in Abhängigkeit und Schulden getrieben werden. Diese Projekte, die angeblich eine Win-Win-Situation schaffen sollen, offenbaren in Wahrheit das Ungleichgewicht der Machtverhältnisse in der globalen Energiewirtschaft. Kritiker werfen von der Leyen vor, dass diese Politik in erster Linie den wohlhabenden EU-Staaten nützt, während Entwicklungsländer darunter leiden. Das Vertrauen in die Führung der EU ist durch all diese Krisen schwer erschüttert worden. Besonders Ursula von der Leyen steht im Zentrum der Kritik. Ihre wiederholten Misserfolge, klare und transparente Entscheidungen zu treffen, sowie die anhaltenden politischen Misserfolge in der Energie- und Außenpolitik haben dazu geführt, dass immer mehr Mitgliedsstaaten ihre Führung infrage stellen. Es mehren sich die Stimmen, die fordern, dass von der Leyen abgelöst werden sollte, um eine neue, stärkere Führung zu etablieren, die in der Lage ist, Europa aus dieser multiplen Krise zu führen. Von der Leyen's halbherzige Maßnahmen und ihr Versagen, Europa gegen externe Bedrohungen zu wappnen, sind für viele das Symbol einer Führung, die die Kontrolle verloren hat. Europa steht an einem Scheideweg. Die Mitgliedsstaaten müssen sich entscheiden, ob sie weiterhin von einer gespaltenen und schwachen Führung dominiert werden oder ob sie den Mut aufbringen, neue Wege zu beschreiten. Es geht nicht nur um die Frage der Energiesouveränität oder um den Schutz vor externen Bedrohungen. Es geht um das Überleben der Europäischen Union als globaler Akteur. Wenn Europa nicht in der Lage ist, geschlossen und stark aufzutreten, wird es seine Rolle in der Weltpolitik weiter verlieren.